Guten Morgen, Ihr Dr. Sieber, Frauenarzt aus Lüdenscheid im Märkischen Kreis. Heute werden wir uns ein wichtiges, aber empfindliches Thema widmen. Auf mehrmaligen Anfragen wollen wir doch das Thema angehen, weil es in der Praxis Alltag wichtig ist und weil immer wieder Fragen dazu auftauchen. Es geht um das Jungfernhäutchen oder um die Jungfräulichkeit. Was ist das Jungfernhäutchen? Wo ist es? Ist es wichtig? Wann geht es kaputt? Hat es eine Funktion? Was macht man, wenn es kaputt geht? Da sind Frauen, die immer wieder auftauchen. Erstmal vorab, 2 von 10.000 Frauen sind ohne Jungfernhäutchen geboren. Das heißt, nicht jede Frau hat ein Jungfernhäutchen, beziehungsweise nicht jede Frau hat ein Jungfernhäutchen, das kaputt zu gehen ist. Ich habe hier Zeichnungen angefertigt. Das ist vom Unterteil einer Frau. Das ist die Scheide und hier sieht man den Neerafter. An bestimmten einigen Bildern sehen Sie, dass es rot bemalt ist. Das ist das Jungfernhäutchen. Hier ist es komplett ausgekleidet. Hier gibt es eine Aussparung in der Mitte. Hier gibt es zwei kleine Aussparungen und auf dieses Bild zum Beispiel sind ja viele kleine Löcher. All das sind ganz normale Jungfernhäutchen oder Hymen genannt. Diese Jungfernhäutchen sind von Geburt an da bei den Frauen, die das haben und bleiben meistens bis in der Pubertät erhalten. Die haben eine Funktion. Teils ist es als Schutz für Dreck und auch für Infektionen, Keime, die dann in die Scheide gehen können. Das ist denn ihre Hauptfunktion, wenn man so will. In der Zeit von der Geburt bis in die Pubertät, bevor die Hormone denn eben in Gang kommen, die dann die Scheide selbst versorgt und Scheidensekret oder Ausfluss denn in Gang setzt, hat denn das Jungfernhäutchen denn eine Schutzfunktion. Dieser Ausfluss, die eine Frau denn mit hormonalen Wirkungen im späteren Verlauf bekommt, ist da, um die Scheide denn zu reinigen, zu schützen und auch vor Infektionen, insbesondere vor Infektionen zu schützen. Ungefähr so wie Speichern im Mund oder auch wie Tränen in den Augen, die denn die Hornhaut schützen. Ich zeige diese Bilder insbesondere, dass sie sehen, dass es sehr viele unterschiedliche Formen gibt von Jungfernhäutchen. Hier, wo das komplett zu ist, kann es ein Problem entstehen. Später, wenn eine Frau als pubertierendes Mädchen dann die erste, die zweite, die dritte Regerblutung bekommt und das Blut nicht abfließen kann. Wenn das Blut nicht abfließen kann, bleibt das denn in der Scheide erhalten, dann könnte das dann sehr starke Unterbauchschmerzen machen. Das könnte auch Schwierigkeiten beim Wasserlassen bei den Mädchen verursachen, könnte Probleme beim Schulgang verursachen. Und in so einem Fall, wo es dann komplett dicht ist, der Scheideausgang oder Eingang, musste man gegebenenfalls diese Jungfernhäutchen, um diese Problematik zu beheben, denn ein Schlitz da machen, um die Blutung zu entfernen. Hier ist natürlicherweise ein Schlitz, da sind viele kleine Schlitze, hier auch. Und diese hier sieht auch, man sieht diese Jungfernhäutchen nur am Rande, genauso wie hier. Hier ist es denn nur an dem unteren Teil des Scheideneingangs zu sehen und hier sieht man es gar nicht. Es könnte auch von Geburt an so sein, es kann aber auch sein, dass es im Laufe des Lebens gerissen ist, dass es denn so aussieht oder so aussieht oder so aussieht. Meistens reist dieses Hümen oder Jungfernhäutchen nach Geschlechtsverkehr ein. Es muss nicht beim Geschlechtsverkehr einreißen, es ist sehr sehr dehnbar und bei vorsichtigem Geschlechtsverkehr könnte sein, dass es nicht reißt. Da lässt man das erstmal vorab weist. Es kann aber auch ohne irgendwelche Zutun, ohne irgendwelche Geschlechtsverkehr auch passieren. Zum Beispiel, wenn ein Mensch am Spielen ist. Beim Klettern, auf dem Spielplatz, beim Witten, beim Reiten, das kann passieren, ohne dass es eine Bedeutung hat. Und dann ist das Jungfernhäutchen einfach weg oder dass man dann nur die Ränder übrig geblieben sieht. Blutet es? Ja, manchmal blutet es. Es muss nicht immer bluten. Und wenn es zu Blutung kommt, ist es dann meistens nur eine sehr leichte Blutung. Wenn sowas passiert, ist es schon sinnvoll, dass das Mädchen oder die Frau eine Vertrauensperson zurate zieht. Die Mutter, begebenfalls Kinderarzt oder Frauenarzt. Wenn es denn aus anderen Gründen passieren sollte und sie unsicher sind, ist es schon sinnvoll, eine Vertrauensperson zurate zu ziehen. Meistens ist es so, dass wenn die Jungfernhäut den Reiz, dass es denn kein Problem ist, da braucht man keine zusätzliche Versorgung. Das heilt ganz gut ab und dann ist es denn auch erledigt. Es kann aber auch, außer beim normalen Geschlechtsverkehr, kann es auch bei Selbstbefriedigung zum Beispiel mit den Fingern oder mit Objekten auch passieren, dass das Jungfernhäutchen reißt. Es könnte auch bei ärztlichen Untersuchungen oder bei ärztlichen Eingriffen, wie diese hier zum Beispiel, die ich vorhin erwähnt habe, dass es denn da kaputt geht. Das sind so die wichtigsten Zeiten und Umstände, bei denen diese Jungfernhäutchen denn auch reizen können. Ist das wichtig? Ja, es ist nur teils richtig als Schutz. Aber wenn es nicht da ist, ist es dann kein Problem. Und spätestens nach der Pubertät braucht der Körper kein Jungfernhäutchen mehr. Es gibt Männer, Familien, Kulturen, für die das denn sehr wichtig ist, dass Jungfernhäutchen da ist. Aber wie ich den gerade erwähnt habe, kann die Frau meistens nichts dafür. Es wird auch, Entschuldigung, es wird auch teilweise als Beweis dafür gesehen, dass man keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat. Aber wie auch erwähnt wurde, ist das denn kein sicherer Beweis, weil es kann auch den Geschlechtsverkehr denn reizen. Es gibt ja solche Situationen, wo Familien sagen, am Ehebett, am Hochzeitsnack oder beim Beischlaf das erste Mal, dass es denn bluten soll. Und einige Frauen vor Angst, wenn das Jungfernhäutchen gerissen ist, aus unterschiedlichen Gründen, suchen nach Wege, wie sie denn diese Jungfraulichkeiten vortäuschen können. Da ist Vorsicht sehr geboten, weil diese Leute, für die das denn sehr wichtig ist, die achten auch darauf, dass man irgendwelche Tricks denn benutzen möchte. Welche Tricks gibt es? Man könnte denn einen Blutschwamm denn in die Scheide legen und dann am Hochzeitsnack, dann kommt es zur Blutung. Man könnte dann eine Nadel mitnehmen und dann gegebenenfalls sich an den Finger dann piksen und das Blut dann mit an den Laken dann auch drauf tun. Man könnte dann mit Hormonen, zum Beispiel wie die Pille, dann die Regelblutung so regeln, so dass am Hochzeitstag oder in der Hochzeitsnack, dass es dann zur Menstruation kommt und somit eine Blutung vortäuschen, die dann vermeintlich von der sogenannten Jungfernhaut ausgegangen ist. Man könnte dann zum Beispiel Blechen wie Fischblechen mit Blut oder Kunstblut dann auffüllen und das dann in die Scheide legen und entsprechend dann auch, dass es dann bei der Penetration den Platz und dann zur Blutung kommt. Wie gesagt, da ist Vorsicht geboten, weil es könnte einem denn in großen Problemen bringen als in, dass man dann ein Problem löst. Außerdem könnte es dann zu Infektionen kommen, es könnte gar zu Sepsis kommen, wenn man dann Blut benutzt und dann eine Infektion, eine größere Infektion bekommt. Und man könnte sich verletzen. Es gibt noch eine Möglichkeit, ohne dass man was zutun, dass man dann am Hochzeitsnack beim ersten Geschlechtsverkehr mit dem Ehemann sich dann einfach verkrampft und die Beine dann mehr zusammenzieht, Beckenboden dann anspannen. So ist dann der Scheideneingang dann enger und somit kann es dann zu Schmerzen und gar zu Blutung kommen. All das ist es natürlich nicht garantiert, dass man dann erfolgreich in seinem Vorgehen ist. Kann man denn eine kaputtgegangene Jungfernhaut denn reparieren? Meistens ja, grundsätzlich ja. Die Frage ist, soll man das machen? Manchmal ist es einfach und besser, mit dem Partner, mit der Familie darüber zu reden, wir stehen dann eben gern zur Verfügung, auch wenn Gesprächsbedarf da ist, um dann eben auch zu klären, wann und wie und unter welchen Umständen es denn sein kann, dass Jungfernhautschen wieder nicht vorhanden ist, von Anfang an oder kaputt geht. Wenn sie aber sehr darunter leiden oder wenn sie diesen Wunsch haben, ihre Jungfernhauten zu rekonstruieren, da würden wir dann nach ausführlichem Gespräch, nach ausführlicher Aufklärung mit ihnen dann alles durchgehen und gegebenenfalls das für sie tun. Es gibt ja auch Paare, die dann Kinder gekriegt haben zusammen, nach mehreren Jahren Beziehung oder Ehe. Sie wollen das denn nochmal erleben und wollen dann nochmal, dass man den Jungfernhautchen dann rekonstruiert oder repariert. Es ist eine Sache, braucht auch viele ausführliche Aufklärung, bevor wir denn das in Erwägung ziehen zu machen. Wichtig für sie ist, ihre Jungfräulichkeit lässt sich nicht durch das Vorhandensein der Jungfernhaut denn definieren. Sie wissen, ob sie Jungfrau sind und es wäre schön und es ist schön, wenn sie denn ihren Partner oder ihre Familie davon überzeugen können. Und wenn nicht, helfen wir ihnen dann dabei. Ich bedanke mich. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir natürlich zur Verfügung. Wenn Sie Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne. Wir berücksichtigen dies immer. Vielen Dank.